Du erkennst mich nicht wieder? Allein mein Gesicht sei noch gleich, und du weißt nicht, ob das reicht, um nicht alleine zu sein. Du erkennst mich nicht wieder. Unerkannt bin ich die halbe Nacht noch um die Häuser gerannt, ich erkenn hier nichts wieder, alles müde und alt, und ich male uns beide als Umriß aus Kreide auf den Asphalt. Du erkennst mich nicht wieder. Unerkannt hab ich dann drüben im Park meine Kleider verbrannt, ich erkenn mich nicht wieder, nur mein Herz, das noch schlägt, und ich hebe die Arme, um zu sehen, ob die warme Nachtluft mich trägt. Du erkennst mich nicht wieder? Da, unerkannt, flieg ich ans Ende der Stadt, ans Ende der Welt und über den Rand. Du erkennst mich nicht wieder. Allein. Die Person wird nicht wiedererkannt, wenn sie mit dem anderen allein ist, das kann jedenfalls nicht wörtlich gemeint sein. Mein Gesicht sei noch gleich. Ein Spiel mit einer anderen Bedeutung von allein, nämlich nur. Allein? Also nur? Mein Gesicht sei noch gleich. Alles an dieser Person erscheint dem anderen jetzt verwandelt, mit Ausnahme des Gesichts. Selbst. Es ist wohl Charakter und Wesen gemeint. Und Du weißt nicht, ob das reicht, um nicht alleine zu sein. Das, was der andere an der Person noch wiedererkennt, reicht demjenigen vielleicht nicht, um sich nicht alleine zu fühlen, auch wenn er gerade mit ihr zusammen ist. Das heißt wohl so viel wie, mit den beiden ist es jetzt vorbei. Das Du beendet gerade die Beziehung mit dem Ich. Du erkennst mich nicht wieder. Unerkannt bin ich die halbe Nacht noch um die Häuser gerannt. Das ist als reales Geschehen denkbar. Nachdem der Person das Ende der Beziehung klar wird, rennt sie alleine durch die Nacht von allen Leuten unerkannt. Aber unerkannt ist sie vor allem vom Du, weil derjenige nicht mehr das in ihr findet, was die beiden früher einmal verbunden hat. Ich erkenne hier nichts wieder, alles müde und alt. Für die hier sprechende Person hat sich die ganze Welt verändert. In ihrer Wahrnehmung erscheint nichts mehr lebendig. Und ich male uns beide als Umriss aus Kreide auf den Asphalt. Vielleicht macht sie das wirklich. Das ist aber nicht wichtig. Vor allem gilt, als Paar sind die beiden tot. Deswegen sieht sie uns beide gewissermaßen nur noch als Erinnerung an. So wie die Kreideumrisse in einem Mordfall an die Leichen erinnern, die dort einmal lagen. Unerkannt habe ich dann drüben im Park meine Kleider verbrannt. Wenn die Person das wirklich macht, würde das einem Beobachter immerhin wie eine Tat in geistiger Verwirrung erscheinen. So oder so. Die Person gibt sich selbst auf. Genauer. Alles, was sie sonst an Fassade vor anderen als Außen-Ich aufrecht erhält, gibt sie auf, und sie lässt diese Fassade zusammenbrechen. Das Außen-Ich. Das Bild, wie man wünscht oder empfindet, das es andere von einem haben. Ich erkenne mich nicht wieder, nur mein Herz das noch schlägt. Das Einzige, was sie an sich noch wahrnimmt, ist, daß sie irgendwie so gerade noch lebt. Aber das Herz schlug bisher für jemand anderen, und diesem Schlagen des Herzens ist nun der Sinn genommen, und ich hebe die Arme, um zu sehen, ob die warme Nachtluft mich trägt. Das kann man zwar machen, ist aber wörtlich genommen trotzdem Unsinn, weil man weiß, daß Luft einen nicht trägt, also geistige Verwirrung oder übertragene Bedeutung. Du erkennst mich nicht wieder, unerkannt fliege ich ans Ende der Stadt. Die Nachtluft trägt also, das ist natürlich kein reales Geschehen mehr, ans Ende der Welt und über den Rand. Die Welt ist doch keine Scheibe, also übertragene Bedeutung, etwa Selbstmord? Ab dem Verbrennen der Kleider werden die Visionen immer irrealer. Wenn man das versteht als, am liebsten würde ich meine Kleider verbrennen und über den Rand der Welt fliegen, dann muß man die Selbstmordabsichten nicht ganz wörtlich nehmen, aber mindestens ist es Ausdruck dafür, wie das Selbst sich zerstört fühlt, wenn der geliebte Mensch einen verlässt. Die iranisch-französische Comic-Autorin Marjan Satrapi in ihren Erinnerungen? Ich hatte eine Revolution erlebt, durch die ich einen Teil meiner Familien verloren hatte. Ich hatte einen Krieg überlebt, der mich meinem Land und meiner Familie entfremdet hatte. Und eine banale Liebesgeschichte hätte mich beinahe umgebracht. und dann? Ich hatte einen Krieg überlebt, dann bin ich am ooh-oh. Und dann habe ich den Krieg überlebt. Ich habe es geschafft, sie entstand den Krieg überlebt, jetzt sind sie zu Gliedersawien ein Abkommissionen, die sich nicht mehr historien, weil er mit dem Krieg überlebt. Und dann hast du, wie noch einfacher مت umgegangen. Und dann ist es in der Krieg überlebt. Und dann haben wir auch noch die große Filter mit dem Krieg gegen die Ruhe. Vielen Dank.